...after they have surrendered voluntarily and asked for pardon. The next... Do you see that? Ja, ich hab das gelesen. You agree that that was one of the reasons for giving the order tops? Dieser Notenwechsel zwischen Herrn Eckart und dem Abteilungschef ist mir nicht vorgelegt worden, was eindeutig hervorgeht aus den Abzeichnungen, die in dem Dokumentenbuch also vorgelegt worden sind. I don't think that's any reason for you not answering my question. Do you agree that that is a reason for giving top secrecy to this document? Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich diesen Kommandobefehl nicht herausgegeben habe. In dem Kommandobefehl steht drin, dass diese Leute auf der einen Seite Gefangene vernichtet haben. So habe ich das als Befehlshaber der U-Boote gelesen gehabt. Und auf der anderen Seite sich dann mit Zivil... Just a moment. I'll give you one more opportunity of answering my question. You were Commander-in-Chief of the German Navy. Do you say that you're not able to answer this question? Is the reason stated in paragraph two of this document a correct reason for attaching top secrecy to the Führer-Order of the 18th of October. Now you have this final opportunity of answering that question. Will you answer it or won't you? Ja, das will ich tun. Ich halte das für möglich, zumal der Jurist hier dieser Ansicht ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich den Befehl nicht herausgegeben habe. Andererseits steht in dem Befehl drin, dass diese Dinge im Wehrmachtsbefehl veröffentlicht werden. Well, now, that was the next point. The next paragraph says that what is to be published in the Army Orders is the annihilation of sabotage units in battle. Not, of course, if they are shot, as I would say, murdered quietly by the SD out of a battle. But I want you to note the next paragraph. The next paragraph raises the difficulty as to how many saboteurs were to be considered a sabotage unit and suggests that up to ten, up to ten, would certainly be a sabotage unit. Now, if you would look at the last paragraph, I will read it to you quite slowly. It is to be assumed that Security 3 is acquainted with the Führer order and will therefore reply accordingly to the objections of the Army General Staff and the Air Force Operations Staff. As far as the Navy is concerned, it remains to be seen whether or not this case should be used to make sure, note the next words, after a conference with the Commander-in-Chief of the Navy that all departments concerned have an entirely clear conception regarding the treatment of members of commando units. Are you telling the Tribunal that after that minute from Eckhart's department, which was to be shown to one SKL, your Chief of Staff's Department, that you were never consulted upon it? Ja, das will ich behaupten und werde ich auch beweisen durch einen Zeugen, der nämlich die Abzeichnung und die Weitergabe dieses Memorandums, die hier nicht drin ist, ganz klar dahindeuten wird, dass ich einen Vortrag nicht bekommen habe. Das war nicht mein Stabschef, sondern er war dieser Abteilungschef, er war der Abteilungschef, der 1 SKL, an den, die das Morandum gerichtet war. Und der wird ganz weiß, eindeutig, dass mir ein Vortrag nicht gemacht worden ist. Das sind ganz klare Verhältnisse. Well, I'll leave that. If you say that you haven't seen it, and I'll ask you to look at document PS 551. I'll pass the Tribunal a copy. This is United States Exhibit 551 and was put in by General Taylor on the 7th of January. Now, that is a document which is dated the 26th of June, 1944, and it deals with the Fuhrer order and it modifies it, or rather says how it will apply after the landing of the Allied forces in France. and if you'll look at the distribution, you'll see that number four is to the OKM 1 SKL. That's the department on which you were good enough to correct me a moment ago. Now, did you... Were you shown that document which says that the Fuhrer order is to apply to commando units operating outside the immediate combat area in Normandie? Were you shown that document? Nein, das hat man mir unter keinen Umständen gezeigt und auch mit Recht nicht, weil die Kriegsmarine an dieser Sache nicht beteiligt war. Well, you know, you told me yesterday that you were concerned with the matter and that you had small boats operating in the Normandie operations. That's what you told me yesterday afternoon. You changed your recollection since yesterday afternoon? Nein, in keiner Weise, aber diese Ein-Mann-U-Boote, die schwammen auf dem Wasser und hatten mit Kommando-Unternehmen am Land hinter der Front gar nichts zu tun. Es geht ja auch aus diesem Papier, ich weiß nicht, ob das das Original ist, was ja an die 1 SKL ist. Ich kann die Abzeichnung nicht sehen. Ich bin überzeugt, dass mir das nicht vorgelegt ist, weil es die Marine nichts angeht. Ich verstehe. Now, would you just look at document 537 PS, which is dated the 30th of July 1944, Lord Edt, United States Exhibit 553, also put in by General Taylor on the 7th of January. Have you given him a copy, Sergeant Major? What is that? The Sergeant Major appointed I've chosen. That is the document applying the commando order to military missions. And you will see again that the distribution includes OKM, S-Department, SK1. Did you see that order? But did you see it at the time that it was distributed? This command is mir mit Sicherheit nicht vorgelegt worden, weil auch da die Marine überhaupt nicht betroffen ist. Marine hatte ja mit Bannenbekämpfung nichts zu tun. I see. I want to now just to look very quickly because I don't want to spend too much time on it at 512 PS. that is United States Exhibit 546 which was also put in by General Taylor on the 7th of January. Now that that is a report of the dealing with the question of whether members of commandos should be should not be murdered for a short time in order that they could be interrogated. And the question is whether that is covered by the last sentence of the Führer Order. And I call your attention to the fact that it refers with regard to interrogation in the second sentence the importance of this measure was proven in the case of Glomfjord two-man torpedoes at Drontime and glider planes at Stavanger. Ich finde das augenblicklich noch nicht wo das ist. oh it's 512 PS Mr. David perhaps you want to read the first sentence. If your logic please I'll write to. this document is from the year 1942 I was the U-Boot on the Atlantic coast on the Vizcaya I don't know this paper I don't know but if you just that's that is an answer but it's the 14th of December 1942 and the point is put up which is raised in the first sentence which my lord has just directed me to read top secret according to the last sentence of the Führer order of 18th October individual saboteurs can be spared for the time being in order to keep them for interrogation then follows the sentence I've read that was the point that was raised and what I was going to ask you was did that point come up to you when you took over the commandership in chief of the navy in January 1943 just look at the last sentence the red cross and the BLS protected against the immediate carrying out of the Führer order it's quite as a Perzeihen Sie ich finde das hier noch nicht wo das steht diesen letzten Satz habe ich noch nicht gefunden wo steht das hier hier translation says after the immediate carrying out after my lord I'm so sorry it's my fault I'm greatly obliged to lodge protested protested after the immediate I beg your apologies I read pardon I read it wrong Ich weiß es aber nicht. Und BDS, das ist anscheinend der SS-Führer in Norwegen. Und BDS, auf 10 May 1943, das ist US-502, und wurde in von meinem Freund, Colonel Story, auf 2 Januar. Das ist ein Account von Defendant Jodl. Das ist für den Defendant Jodl. An enemy cutter, die aus den Schettlunds-Kutter von der Schettlunds-Kutter. Es gibt es armament. Und es sagt, dass es ein Organisation für sabotage, die Schettlunds-Kurz-Kurz-Kurz-Kurz-Kurz-Kurz-Kurz-Kurz-Kurz-Kurz-Kurz. Das ist mir hier bei der Interrogation vorgelegt worden. Da bin ich auch gefragt worden, ob ich nicht mit dem Feldmarschall Keitel ein Telefongespräch gehabt hätte. Und es ist nachher festgestellt worden, dass der Wehrmachtsbefehler sich an das OKW gewandt hat. Es ist also eine Sache des Wehrmachtsbefehlers beziehungsweise des Sicherheitsdienstes gewesen, und nicht der Marine. Well, now, let's come, if you deny that you have ever heard about that, will you turn to page 100 of the document book? Lord, it's page 67 of the British document book. And that is a summary, a summary of the trial of the SD. Wo ist das? Ich kann das nicht finden. Page 100, I told you. If you'll look for it, I think you'll find it. English. It's page 67 of the English, if you'd prefer to follow it in there. Now, I'll explain to you. I think you've read it before because you've referred to it. That is a summary by the judge advocate at the trial of the SS men of the evidence that was given. And I just want to see you have it in mind. If you look at paragraph four, you'll see that they had set out from Leric in the Shetlands on a naval operation for the purpose of making torpedo attacks on German shipping off the Norwegian coast and for the purpose of laying mines. Paragraph five, the defence did not challenge that each member of the crew was wearing uniform at the time of capture and there was abundant evidence from many persons, several of whom were German, that they were wearing uniform at all times after their capture. Now, you mentioned this yesterday. You'll see that in paragraph five, the deponent states that the whole of the crew were captured and taken on board a German naval vessel which was under the command of Admiral von Schrader, the Admiral of the West Coast. The crew were taken to Bergenhus and there they were interrogated by Lieutenant H.P.K.W. Fanger, a naval lieutenant of the reserve, on the orders of Corvin Capitaine Egon Drasher, both of the German Naval Intelligence Service. And this interrogation was carried out upon the orders of the staff of the Admiral of the West Coast. Lieutenant Fanger reported to the officer in charge of the intelligence branch at Bergen that in his opinion all the members of the crew were entitled to be treated as prisoners of war. And that officer in turn reported both orderly and in writing to the sea commander Bergen and in writing to the Admiral of the West Coast, and that is Admiral von Schrader. Now, I want just to read you the one sentence which, in view of that I don't think you'll think is taken out of its context, of the evidence given by Lieutenant Fanger at this trial. He was asked, have you any idea at all why these people were handed over to SIPO? in answering that question, I want you to tell me who was responsible for them being handed over. This was your officer's answer. That was the general in command of the Norwegian West Coast. That was the general in command of the Norwegian West Coast. Admiral von Schrader in command of this action and whose people captured the crew. There is your own officer saying the direct contrary of what you told the court yesterday, that the crew were captured by the SD. Do you have any reason to believe that Lieutenant Fanger is not telling the truth? What was that you were quoting from then? Lord, the shorthand note of the trial of the SS who were involved. Has it been put in evidence? No, my lord, it hasn't. Because it is within Article 19. But, my lord, I haven't. My lord, it's with the greatest respect. It is impossible to do that as a matter of time straight away. This point arose yesterday when the defendant made certain statements with regard to Admiral von Schrader. I am questioning these statements and the only way that I can do it is to use documents which I had otherwise not intended to use. I shall, of course, let Dr. Kranzbuehler see them in due course. But I don't think I can be expected to know more when I point to Reis's ex improvisa. Haven't you got a copy of the German? That must have been given in German, that evidence. Lord, I've only got the English transcript. Willingly let Dr. Kranzbuehler see it when I pass from this point. Lord, that's all I have. Any other copy that you can hand him at the moment? Well, I've only sent one copy. Oh, yes, yes, I'll get a letter. I'll let you. You can have it at once. Mr. David, directly you've dealt with the point, you'll be able to hand that English copy to Dr. Kranzbuehler. Yes, sir, that's the greatest question. Yes. Very well. Now, have you any reason to suppose, defendant, that your officer, Lieutenant Fanger, is not telling the truth when he says that these men were captured by Admiral von Schrader's forces? Mr. Kranzbuehler, I have no reason to say anything to say, because I have no reason to say anything to say, because I have no reason to say anything to say, because I have already explained it, that neither of us nor of us, as I will prove it, the Oberkommando of the Marine of the Marine of the Marine of this case was reported. Mr. Kranzbuehler, I have no reason to say anything to say, because I have no reason to say anything to say anything to say, that these people, here it is in Absatz 6, that they were on a island of prison, not from the Marine of the Marine, but from the police, if I may say anything to say anything to say, and after that, Admiral von Schrader said that it is not a Marine of the Marine, but a police of the police, which I have to give back to the police, and that he has no message. The relationship, which I believe, I personally can, the whole relationship of this event, do not judge and also do not clarify, because I have no message at this time. Well, that's the point I'll put to you in a moment, but it nowhere, I suggest to you that it nowhere states in this document, that they were captured by the police, and in fact, they were captured by the forces under Admiral von Schrader, who attacked the island at which this boat was moored. I want you to come on. No, that's not. No, I don't know. Here it says, the people reached the island. What a reason is unclear. And that the people after the island with a vehicle in a land brought to the island, that is clear. But I've just put to you, I've just put to you that your own officer, Lieutenant Fenger, says, on oath, that they were captured by Admiral von Schrader's troops. And you've said to me that if Lieutenant Fenger says that, you've no reason to believe that he's not telling the truth. Isn't that right? Jawohl. Ich habe gestern vermutet, dass der Zusammenhang so ist, nach der Beurteilung der Person des Admiral von Schrader. Wenn ich heute Nachricht bekomme, dass der Leutnant Fenger das ausgesagt hat, dann mag der Zusammenhang ein anderer gewesen sein, wenn sich Fenger nicht irrt, was ich nicht weiß. Well, let's get on. Will you look at the end of paragraph eight? The last sentence. There was an interview between Blomberg of the SS and Admiral von Schrader. And then the last sentence. Admiral von Schrader told Blomberg that the crew of this torpedo boat were to be handed over in accordance with the Führer order to the SD. And they were handed over. Paragraph nine says they were interrogated by the SD. And the official of the SD who carried out this interrogation stated at the trial that after the interrogation he was of the opinion that the members of the crew were entitled to be treated as prisoners of war and that he so informed his superior officer. Despite this report and the representations of a superior officer, the crew were dealt with under the Führer order and executed. And it describes how they were shot and their bodies secretly disposed off. Now, do you say that you never heard about that? Nein, das will ich behaupten und kann auch durch Zeugen das beweisen. Und wenn der Beamte der SD den Eindruck gehabt hat, dass diese Leute nicht darunter fallen, dann hätte er das seiner Behörde melden müssen. Und seine Behörde hätte das entsprechend veranlassen müssen. Baraant togabe das zusammen. Sie haben bereits geantwortet. Das líne hat mich zu tun. Wir haben sie mit dem Texte�ッter aufgelden. Was er bei der Stasiung gemacht hat? Ja, doch. Wir haben uns gefragt, dass sie vorangehen. Sie haben schon gezeigt. Sie sind Ihnen leibeigte ihre Aufmerung des Eingängers. Sie habe mir beschädigt. Sie haben von Schroeder gesagt, Sie haben gesagt, Sie sind sie gegenüber schädigen. Sie denken, Sie haben scheitbar die Bescheidigte für den Sewer. Sie sagen, Sie sagen, Sie sind sie bejudgen. Sie sagen, Sie say Sie, Sie spielen sie für die Waffe. nothing about it. Does the name of Kapitän Zuersee, Wildemann, convey anything to you? W-I-L-D-E-M-A-N. Ich kenne ihn nicht. Well, let me try and bring him to your recollection. At this time, he was Operations Officer on the staff of Admiral von Schrader and dealt with this matter. Now, Captain Wildemann, I suppose we should assume, unless you know anything to the contrary, that he's a trustworthy officer. He says, I know that von Schrader made a written report on this action. I know no reason why the handing over of the prisoners to the SD should not have been reported on. Do you still say that you never got any report from von Schrader? Ja, das will ich immer noch sagen, dass ich nichts davon bekommen habe. Und ich bin auch überzeugt, dass das Oberkommando der Kriegsmarine, wie ein Zeuge beweisen wird, den Bericht nicht bekommen hat. Wohin der Bericht gegangen ist, weiß ich nicht. Der hat mal von Schrader unterstand ja nicht direkt dem Oberkommando der Kriegsmarine. Es kann sein, dass er an den Wehrmachtsbefehlshaber gegangen ist, wenn ein Bericht abgegeben ist. Jedenfalls das Oberkommando der Kriegsmarine hat anlässlich dieser Angelegenheit keine Meldung bekommen. Und daher eben meine Vermutung, dass von vornherein die Leute auf der Insel vom Sicherheitsdienst von der Polizei gefangen genommen worden sind. Denn sonst glaube ich, dass der Admiral von Schrader das gemeldet hätte. Before you guess any further, I'd just like you to have in mind something further that Captain Wildemann says, which you probably know quite well. After the Capitulation, Admiral von Schrader many times said that the English would hold him responsible for the handing of the prisoners to the SD. Admiral von Schrader was under orders to proceed to England as a prisoner when he shot himself. Did you know that Admiral von Schrader had shot himself? Das habe ich hier erfahren. Did you know that he was worried about being held responsible for this order? Nein, davon habe ich nicht das geringste gehört, weil ich sein Selbstmord ja hier erfahren habe. And are you still telling the Tribunal that Admiral von Schrader made no reports to you? Do you remember a few days after the capture of this MTB, Admiral von Schrader received the Ritterkreuz? Do you remember that? Ja, das hängt aber damit nicht zusammen. Eine Meldung hat er nicht gemacht darüber, über diesen Vorgang. Und er ist ja auch für dieses Ritterkreuz nicht in Berlin gewesen, meiner Erinnerung nach. Aber, you know, several other, two other officers, Oberleutnant Nierle and See-Ober-Farnrich-Böhm, and in the recommendations and citation, the capture of this MTB was given as the reason for their decoration. Do you say that you knew nothing about it? Davon weiß ich nichts und kann auch davon gar nichts wissen. Denn die Dekorierung dieser Leute wird von den zuständigen Disziplinarvorgesetzten gemacht und nicht von mir. Das Oberkommando der Kriegsmarine hat bei diesem Geschehen keinen Bericht bekommen. Sonst wäre mir das gemeldet worden. Dieses Zutrauen habe ich zu meinem Oberkommando. Und mein Zeuge, der wird beweisen, dass auch er das nicht bekommen hat. Der nämlich es hätte bekommen müssen im Oberkommando der Kriegsmarine. My final question, and I leave this subject. Admiral von Schrader was your junior officer, according to you, a very gallant officer. Do you want the Tribunal to understand that the responsibility which broke and made Admiral von Schrader commit suicide was his responsibility? He never consulted you and you are taking no responsibility for his act. Is that what you want the Tribunal to understand? Jawohl, das will ich unter Eids sagen. Denn, wenn tatsächlich der Admiral von Schrader Selbstmord begangen hat, wegen dieses Vorfalls, dann hat er eben einen Fehler gemacht, weil er Seeleute, die in einem Seeeinsatz waren, falsch behandelt hat. Wenn das so stimmt, dann hat er gegen die Bestimmung gehandelt. Auf jeden Fall ist an mich nicht die leiseste Andeutung dieser Geschichte gekommen. I see, that's your story. Well, now, let's come to... Sir David, will you ask the witness what he meant when he said that von Schrader was not directly under the Navy? What did you mean by saying that von Schrader was not directly under the Navy? He was under Admiral Siliak, wasn't it, who was on leave at this time? Isn't that so? Ich habe gesagt, ich hatte gesagt, er ist nicht direkt dem Oberkommando der Kriegsmarine in Berlin unterstellt gewesen. Also wenn irgendein Bericht darüber ausgegangen ist von dem Admiral von Schrader, dann ist dieser Bericht nicht direkt an mich gegangen, sondern an seinen nächsten Vorgesetzten, der in Norwegen saß. Well, his immediate superior was Admiral Siliak, wasn't it? Wasn't it? Who was on leave at this time. But let's omit the leave for the moment. His immediate superior was Admiral Siliak. Isn't that so? Ja, ja. And I want to put it perfectly fairly, do you mean that for operations in Norway, Admiral Siliak was acting under the commander, correct me if I'm wrong, was it General von Falkenhorst in Norway? I can't remember, but perhaps you can help me. Do you mean that, that Admiral Siliak was acting under the commander-in-chief Norway? I'm merely trying to clear the matter up, so do you tell the Tribunal? Ja. In territorialer Beziehung unterstand er nicht dem Oberkommando der Kriegsmarine, der Admiral Siliaks, sondern dem Wehrmachtsbefehl der Norwegen, dem General von Falkenhorst. Ich kann aber nur erklären, ist Selbstmord Schrader mit dieser Geschichte, dann ist eben gegen den Kommandobefehl ein Fehler gemacht worden, dass diese Leute als Seeleute und für den Seekampf dorthin geschickt nicht entsprechend als Kriegsgefangene behandelt worden sind, wenn der Zusammenhang so ist. Ich weiß es nicht. Dann ist eben ein örtlicher Fehler gemacht worden an der Stelle. Ich habe dem Admiral von Schrader aus ganz anderen Gründen das Ritterkreuz verliehen. Das habe ich gemacht. Von der Verleihung von Auszeichnungen an die anderen Leute, die Sie genannt haben, weiß ich nichts. Das geht mich auch nichts an, weil es durch den nächsten Disziplinarvorbesetzten veranlasst wird. Ob diese Verleihungen tatsächlich damit zusammenhängen, weiß ich auch nicht. Oder ob es dafür nicht auch andere Gründe maßgeblich gewesen wären. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen und glaube es nicht, dass ein Mann wie der Admiral von Schrader Seeleute so behandelt. Hier steht ja auch nicht drin, dass sie im Seekampf erledigt worden sind, sondern es steht drin, dass sie auf einer Insel gefangen genommen worden sind. Es ist ja auch merkwürdig, dass das Oberkommando der Kriegsmarine darüber keine Meldung bekommen hat, was befohlen war und dass auch im Wehrmachtsbericht dann darüber gemäß dieses Kommandobefehls nichts erschienen ist. Alles die Dinge sprechen ja dagegen. Also ich persönlich kann mir aus der Sache kein Bild machen. Ich kenne die Sache nicht. Herr Präsident, ich werde nicht in die Details gehen. Du kannst es von mir nehmen, dass die Ebennungen der Trial war, dass dieser Cutter wurde von zwei Naval Task Forces verletzt. Wenn Dr Kranzbühler ich finde, dass ich falsch bin, dann wäre ich sehr glücklich, das zu ermitteln. Aber wir werden es zu einem anderen Thema verletzen. Denn Zeit läuft. Wenn das so ist, kann ich ihm nur erklären, dass ein ganz klarer Verstoß gegen ein Befehl gemacht worden ist, von dem das Oberkommando und ich keine Kenntnis bekommen haben. Ich komme zum nächsten Punkt. 105 in German, page 71 in der Englisch Dokument. Wir brauchen keine Probleme über dieses Dokument, weil es ist von Ihnen und es ist ein Memorandum über die Frage von mehr Arbeit für das Landbau. Und Sie sind wahrscheinlich sehr familiar mit dem. Aber Sie schauen sich die erste Sprache, auf welcher Seite steht es? Page 105, und es ist Dokument C 195, Exhibit GB 211. In welchem, welche Nummer ist das in Englisch? In den Englisch, es ist 71. Ja. Das ist die erste Sprache. Ja. Wenn Sie sich in die ersten Sprache sehen, dann sehen Sie die Zampferdkampen. Ich würde Ihnen schauen, die die Schwerden-Scheier-Türke, dann sehen Sie in die Zampferdkampen. Die Zampferdkampen. Die Zampferdkampen. Ich glaube, wir brauchen Sie mit den Schwerden-Scheier-Türke, aber wenn Sie sich in die Schwerden-Türke, die Zampferdkampen. Die Zampferdkampen ist der Schwerden-Türke, The summing up reads, 12,000 concentration camp prisoners will be employed in the shipyards as additional labour. Security Service agrees to this. Now, that is your document, so may we take it that you were familiar with the fact of the existence of concentration camps. Das habe ich auch nie geleunigt. Das deutsche Volk wusste, dass es KZ-Lager gab, aber es wusste nichts von den Zuständen und den Methoden da drin. Nein, gar nicht überraschend, denn ich persönlich habe auch nur von Dachau und Oranienburg gewusst. Wenn Sie hier sagen, dass Sie die Wehr-Konzentration-Camps wussten, woher dachten Sie, dass Sie Ihre Arbeit auszuladen werden? Aus diesen Lagern. Darüber habe ich überhaupt keine Überlegung gemacht. Ich möchte jetzt eine Erklärung abgeben, wie diese Forderung entstanden ist. Ich habe bei Ende des Krieges die Aufgabe gehabt, in der Ostsee große Transporte durchzuführen. Und die sich allmählich in der Notwendigkeit die Massen, Hunderttausende von armen Flüchtlingen, die in Ost- und Westpreußen an der Küste standen, dort verhungerten und Seuchen unterlagen und beschossen wurden, nach Deutschland zu bringen. Aus diesem Grunde habe ich mich um Handelsdampfer gekümmert, die an sich mir nicht unterstanden und habe dabei festgestellt, dass von acht Dampfern, die in Dänemark in Auftrag gegeben waren, sieben kurz vor der Fertigstellung durch Sabotage vernichtet waren. Ich habe dann eine Sitzung einberufen von all den Stellen, die mit den Handelnsdampfern zu tun hatten und habe sie gefragt, wie kann ich Ihnen helfen, dass wir schneller zu Schiffsraum kommen und beschädigte Schiffe schneller reparieren können. Und dabei ist mir dann von diesen Seiten, die außerhalb der Marine standen, sind mir die Vorschläge gemacht worden. Und es ist mir auch der Vorschlag gemacht worden, zur Beschleunigung der Arbeit der Reparaturen und so weiter, KZ-Häftlinge einzusetzen. Mit der Begründung, der klaren Begründung, dass diese Beschäftigung bei sehr guter Verpflegung sehr gerne gemacht würde. Und da ich weder von Methoden und Zuständen von KZ-Lagern was wusste, so war es für mich selbstverständlich, dass ich in meiner Sammlung dieser Vorschläge... Nein, darf ich bitte mal zu Ende reden, dass ich in meiner Sammlung dieser Vorschläge dieses Angebot mit aufgenommen habe. Zumal eine schlechte Stellung dieser Leute ja unter keinen Umständen in Frage kam, weil zweifelsohne bei der Arbeit ihre Verpflegung besser war. Also ich meine, man hätte mir umgekehrt einen Vorwurf machen können, wenn mir einer erklärt, die Leute wären besser gestellt in der Verpflegung und ich hätte dann abgelehnt. Ich hatte ja auch nicht den geringsten Grund dazu, weil ich von irgendwelchen Methoden in KZ-Lagern damals nichts wusste. Das weiß ich nicht, darum habe ich mich nicht mehr gekümmert. Nach der Sitzung habe ich eine Zusammenstellung machen lassen, wo dieser Wunsch dann dem Führer zugeneigt ist. Ich habe die Leute überhaupt nicht bekommen, denn mir ging die Werften ja nichts an, sondern deshalb weiß ich das nicht, ob die Leute, die für die Werftarbeit verantwortlich waren, dann diesen Arbeitszuwachs bekommen haben. Das weiß ich nicht. Aber sicher, ja. Und are you telling this tribunal, that when you ask for, and you may have got 12,000 people out of concentration camps, who work alongside people who are not in concentration camps, that the conditions inside the concentration camps remain a secret to the other people and to all the rulers of Germany? Erstens, weiß ich nicht, ob die Leute gekommen sind. Zweitens, wenn die Leute gekommen sind, kann ich mir so wohl vorstellen, dass die Leute ein Schweigeverbot hatten. Drittens, weiß ich gar nicht, aus welchen Lagern die kamen, ob das nicht Leute waren, die anhand ihrer Arbeitsleistung in ganz anderen Lagern gewesen sind. Jedenfalls habe ich mich um die Durchführung, die Methode und so weiter nicht gekümmert, weil mich ja das gar nichts anging. Sondern ich habe für die zuständigen Stellen außerhalb der Marine, die die Arbeiter brauchten, um die Reparaturen schneller zu machen, habe ich mich eingesetzt, damit in der Frage der Handelsschiffsreparatur was geschah. Das war meine Pflicht, angesichts der Pflichtlingsaufgaben des Rücktransportes, der mir bevorstand. Und das würde ich heute genauso wieder machen. So ist die Sachlage. Well, now, just look a little down the document, to the fourth paragraph, after it says, Translator's Note, if you're looking at the English, the paragraph beginning, Since Elsewhere. You found that? This is after you've, as you've told us now, after you express your worry about the, sabotage in the Danish and Norwegian shipyards. I just want you to look at your proposal to deal with saboteurs. Since Elsewhere, measures for exacting atonement taken against whole working parties amongst whom sabotage occurred have proved successful. And for example, and for example, the shipyard sabotage in France was completely suppressed, possibly similar measures for the Scandinavian countries will come under consideration. That is what you were suggesting, defendant, was a collective penalty against the whole working party where any sabotage occurred. Isn't that so? Ja, that's enough. Now, that's enough. You've really had a lot of explanations. Well, will you try and make it short, because otherwise it's so difficult to get out? By this Sitzung is from the outside the Marine stehen... I'm going to explain that. One moment, will you repeat that? Because the translation didn't come through. Yes. 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 So, by this Sitzung is from the places, which were outside the Marine, and which had to do with in Frankreich, in Frankreich, through Sühne, Maßnahmen, Sabotagefälle, verhindert worden sind. Ich habe jetzt durch die eidesstattliche Versicherung des Offiziers, der an der Sitzung teilnahm und das Protokoll oder die kurze Nennschrift aufgesetzt hat, festgestellt, dass unter Sühne-Maßnahmen damals verstanden worden ist, die Entziehung der zusätzlichen Verpflegung die Werftregie, die Werftleitung herausgegeben hat. Das bedeutet das. Zweitens, ich habe, um nun zu Norwegen zu kommen oder Dänemark, ich habe den Leuten gesagt, es ist ja unmöglich, dass wir mit unseren Devisen und unserem Material Schiffe dort bauen. Und wenn die Schiffe nahezu fertig sind, werden sie durch Sabotage, wobei die Werftarbeiterschaft unter allen Umständen Mithilfe gestanden hat, gemacht hatte, kaputt geschlagen. Was kann man dagegen tun? Darauf bekam ich die Antwort, die einzige Möglichkeit ist, sie zu trennen von den Kreisen, die Sabotage machen und sie in Lagern zusammenzufassen. Richtig, ich habe außerdem zu sagen, also sollten die Arbeiter genauso behandelt werden wie unsere Arbeiter, die dort Arbeiter in den Werften, die dort auch in Baracken lagen waren. Es hätten den dänischen oder norwegischen Arbeitern dabei, wäre kein Haar gekrümmt worden. Well, just look at one more sentence, because by the employment of the working parties concerned as concentration camp workers, their output would not only be increased to a hundred percent, but the cessation of their previously good wages might possibly result in their being considerably deterred from sabotage. That fairly represents your view of the way to treat Norwegian and Danish workers, does it not? Well, now just turn back to page 70 of the English document book, or page 103 in the German document book. This is an extract from the minutes of a meeting between you and Hitler on the 1st of July 1944, signed by yourself. Have you got it? Not nichts. Would you help, Sergeant Major? Yes, Harvest. Regarding the general strike in Copenhagen, the Führer says that the only weapon to deal with terror is terror. Court-martial proceedings create martyrs. History shows that the names of such men are on everybody's lips, whereas there is silence with regard to the many thousands who have lost their lives in similar circumstances without court-martial proceedings. Silence with regard to those who are condemned without trial. So, did you approve, did you agree with that statement of Hitler's? Nein. Then why did you distribute it to operations department for circulation, if you didn't approve of it? I mean, I'm not concerned with the process, but here is a view of the captain's view. It's not about a discussion between me and the captain's view, but it's about a protocol that was the captain of the captain of the commander 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 of the commander, where he was very different. Well, do try... Defendant, will you try and answer my question? It's a perfectly simple one. It is why did you distribute that to operations for circulation? What was there in these few lines that was valuable to your officers? What did you think was valuable for your officers to know in that dreadful piece of savage way that I've just quoted to you? It's very simple to say. The officer, who has the protocol set up, took this on, to our staff to make sure that in Kopenhagen a general strike is. You see, I'm suggesting to your defendant that you circulated it, had it circulated to your officers to inculcate ruthlessness among them. That's my suggestion. What do you say to them? Dazu sage ich, dass das vollkommen falsch ist. Ich kann Ihnen weiter erklären, dass ich diesen Ausspruch des Führers gar nicht gehört habe. Dass er aber, wie es bei der großen Lage möglich ist, dass er aber von dem Begleiten of Zier, dem Atmall Wagner aufgenommen worden ist, aus dem Grunde wie ich eben gesagt habe, um unsere Werftleute zu wachschauen oder zu warnen in Kopenhagen des Generalstreik. Well, Defendant, I'm not going to argue with you about your knowledge of documents you've signed. I'll have plenty to do with documents you haven't signed. So let's pass on to the next one. Would you turn to page 69? That's the page before in the English book, or page 102 in the German document book. That's a minute, the minutes of the conference on the 19th of February, 1945, between you and Hitler. Nein, es ist nicht richtig. No, between, I beg your pardon, it's an extract from the minutes of the conference, the Hitler conference on the 19th of February, 1945, and then there is a note that, I think, the participation... Nein, da steht da, Teilnahme des Oberbetefehlshabers der Kriegsmarine an der Führerlage, das ist die große militärische Lage. Also keine spezielle Besprechung zwischen Jörn Führer. I didn't mean to say special, I said at the Hitler conference on the 19th, Now, the first sentence of paragraph one says, The Führer is considering whether or not Germany should renounce the Geneva Convention. The last sentence is, The Führer orders the commander-in-chief of the Navy to consider the pros and cons of this step and to state his opinion as soon as possible. And, if you'll look down on the next minutes of the conference on the 20th of February, which is headed participation of C&C Navy in a Hitler conference on 20th February at 1600 hours, it reads as follows, The C&C of the Navy informed the Chief of the Armed Forces Operations Staff, General Jodl, and the Representative for the Minister for Foreign Affairs at the Führer's headquarters, Ambassador Huell, of his views with regard to Germany's possible renunciation of the Geneva Convention. From a military standpoint, there are no grounds for this step as far as the conduct of the war at sea is concerned. On the contrary, the disadvantages outweigh the advantages. Even from a general standpoint, it appears to the Commander-in-Chief of the Navy that this measure would bring no advantages. Now, look at the last sentence. It would be better to carry out measures considered necessary without warning and at all costs to save face with the outer world. That means, put in blunt and brutal language, don't denounce the Convention but break it whenever it suits you. Doesn't it? Nein, das stimmt nicht. Well, now, what does it mean? Let's take it word for word. It would be better to carry out the measures considered necessary. Aren't these the measures contrary to the rules of the Geneva Convention? Dazu muss ich eine Erklärung abgeben. Now, we should answer my question first and then make the statement, you've done it before, but try and answer my question. Does that not mean? What do these measures considered necessary mean if they don't mean measures contrary to the terms of the Geneva Convention? What do they mean? Answer that question first. I have heard, it's been given to me, it's been given to me that the Führer beabsichtigte or geäußert hätte, because in the West the front was not held and he had to be afraid of the English and the American propaganda the people verleitete überzulaufen, aus der Genfer Convention auszutreten. Darauf habe ich meinem Stab erklärt, wie kann man auf eine solche Idee kommen, ein etwa 100-jähriges Völkerrecht in der Beziehung in Bausch und Bogen über Bord zu werfen. Man soll, dieser Ausspruch mag von mir gefallen sein, man soll die Maßnahmen treffen, die erforderlich sind. An konkrete Maßnahmen ist da überhaupt nicht gedacht worden. Von keiner Stelle, es sind auch konkrete Maßnahmen gar nicht eingeleitet worden. Wie ich persönlich über die Handlung von Kriegsgefangenen gedacht habe, können am besten die 8000 Engländer aussagen, die in meinem Lager gewesen sind. Das ist der Zusammenhang dieser Angelegenheit. Also, alle Chefs aller Wehrmachtsteile haben sich gegen die Idee gewendet, auszutreten und sind nicht für die Idee gewählt. Is that your total explanation of to carry out the measures considered necessary? You have nothing else to add on that point? Well, I'll come past to another one. Do you remember saying to Dr. Kranzbühler yesterday that when you became Commander-in-Chief of the Navy that the war was purely a defensive war? Do you remember saying that to your council yesterday? Jawohl. That wasn't your fault, was it? It wasn't your fault that it remained limited to the countries engaged when you took over? Do you remember your advice to Hitler on the meeting at the 14th of May 1943? Nein. Well, let me just suggest to you that you remember the discussion about the sea transport for Sicily and Sardinia. Remember having a discussion on that? And do you remember you're saying to the warning Hitler that your U-boat losses were 15 to 17 U-boats a month and that the position as to the U-boat the future of the U-boat war looked rather gloomy? Remember? Ja, das weiß ich. And you remember Hitler saying these losses are too heavy this cannot go on and did you say to Hitler now our only small outlet for sorties is the Bay of Biscay and control of this involves great difficulties and already takes up 10 days of the U-boat's passage time. The best strategic solution lies in the occupation of Spain including Gibraltar and did Hitler remark in 1940 this would still have been possible with the cooperation of Spain but now and against the will of Spain our resources are no longer adequate. Do you remember suggesting that to Hitler on the 14th of May 1943 and Hitler saying his resources were no longer adequate? I believe not that I have the Führer the proposal made of Spain to besetze but I have very clear the situation ungeschildert that in this small and the Biscaya block it will and that the situation would be very different if the space would be much larger than that. But it does not exist in the defensive situation in which we were. It was a utopia to well let us get it clearly. I'm quoting you know from Admiral Assmann's headline diary a verbatim translation the originals in London I'll get the copy put in and certified this point again only arose yesterday and I haven't got the I'll have an original given and I'll show Dr. Crownsbueller this entry. These are the words that Admiral Assmann records Dernitz continues now our only small outlet for sorties is the Bay of Biscayne and control of this involves great difficulties and already takes up ten days of the U-Bog's passage time. Dernitz says the best strategic solution lies in the occupation of Spain including Gibraltar did you say that that the best strategic solution lay in the occupation of Spain including Gibraltar? Sir David have you passed altogether from C158 on page 69? Lord I have a head but I can easily return to it Lord. Well the second sentence in paragraph one appears to have some bearing upon the answers which the defendant has given. Lord I am so obliged one tries to cut it to the bare bone and I am sorry if I omit matters. Defendant would you return to the last document C158 that's the one about the Geneva Convention renounce the Geneva Convention goes on as not only the Russians but also the western powers are violating international law by their actions against the defenseless population and the residential districts of the towns it appears expedient to adopt the same course in order to show the enemy that we are determined to fight with every means for our existence and also through this measure to urge our people to resist to the utmost. Were not these what are referred to there as the same course were not these measures considered necessary to which you were referring in the second minute. The lawyer who has these protocols have set up will give a exact explanation of where and when these statements were made. I personally zu diesen Protokollen, die ein Offizier aufgesetzt hat, nicht weiter dazu äußern. Am besten, dass mal Herr Wagner sagt, genauer aus, wie diese Dinge genau im Zusammenhang gewesen sind. Mehr kann ich unter Eid darüber nicht aussagen. Meine Idee ist gewesen, dass der Austritt aus der Genfer Konvention ein ganz grundsätzlicher Fehler ist und falsch ist. Und wie ich hinsichtlich der Gefangenenbehandlung gedacht habe, habe ich praktisch bewiesen. Alle anderen Dinge sind nicht richtig. You see, I want to make quite clear, the point that the prosecution put against you is this, that you were prepared not to denounce the convention, but you were prepared to take action contrary to the convention and say nothing about it. And that's what I suggest. ...is the effect of the last sentence, especially when read with these words in the first paragraph. My Lord, I'm now going to pass to the war at sea, so if I could convince you. Verzeihung, kann ich noch ein Wort dazu sagen. Wenn man gegen die Neigung überzulaufen, Maßnahmen macht, so muss man sie veröffentlichen. Sie müssen abschreckend wirken. Also von irgendeiner geheimen Bruch der Sache ist bei mir überhaupt kein Gedanke gewesen. Im Gegenteil, mein einziger Gedanke war, wie kann man überhaupt aus der Genfer Konvention austreten. Das habe ich zum Ausdruck gebracht. Ich denke, das ist klar. Ich denke, das ist klar. Vielen Dank. Defendant, did you know that on the first day of the war, the Navy put up to the Foreign Office that the maximum damage to England could only be achieved with the naval forces you had if you boats were permitted, the unrestricted use of arms without warning against allied and neutral shipping in a wide area? On the first day of the war, did you know that the Navy had put that up to the German Foreign Office? I don't believe that the Sea-Kriegs-Light-Og mir seinerzeit an solchen Wortlaut, wenn er gefallen ist, was ich nicht weiß, zugeleitet hat. Now, I want you to be, to try and remember, because it's quite an important matter, do you say that the naval command never informed the flag officer U-Boats that that was their view of the war? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass die Sea-Kriegs-Light-Og mir ein solches Schreiben ans Auswärtige Amt mitgeteilt hat. Ich glaube es nicht. Ich weiß es nicht. Well, well, then perhaps it would assist your memory if you looked at the letter. Lord, this is document D-851 and it will become exhibit GB-451. Nein, dieses Papier kenne ich nicht. Well, no, I just will take it by stages, because, of course, you wouldn't know the first part, but I'll read it to you and then we'll look at the memorandum together. Submitted respectfully to the secretary of state, that would be Baron von Weizsäcker, with the enclosed memorandum, the chief of the operational department of the naval command, Captain Fricker, informed me by telephone that the Führer was already dealing with this matter. The impression had, however, arisen here, that the political connections had again to be gone into and brought to the Führer's notice anew. Captain Fricker had therefore sent Lieutenant Commander Neubauer to the Foreign Office in order to discuss the matter further. That's signed by Albrecht on the 3rd of September 1939. Then, here is the memorandum. The question of an unlimited U-boat war against England is discussed in the enclosed data submitted by the naval high command. The Navy has arrived at the conclusion that the maximum damage to England, which can be achieved with the forces available, can only be attained if the U-boats are permitted an unrestricted use of arms without warning against enemy and neutral shipping in the prohibited area indicated in the enclosed map. The Navy does not fail to realise that, A, Germany would thereby publicly disregard the agreement of 1936 regarding the prosecution of economic warfare. B, a military operation of this kind could not be justified on the basis of the hitherto generally accepted principles of international law. And then it goes on to deal with it. Are you telling the tribunal that the defendant Raider never consulted or informed you before these data were submitted to the foreign office? Nein, das hat er nicht getan. Es geht ja hieraus auch vor, dass es ein Memorandum des Chefs der Operationsabteilung an den Staatssekretär ist. Also eine Verhandlung zwischen Berlin und dem Auswärtigen Amt, an der der Frontbefehlshaber, der an der Küste saß und die U-Bote praktisch führte, nicht beteiligt war. Ich kenne dieses Schreiben nicht. Well, are you saying that you went on with your activities at the beginning of the war without knowing that this was the view of the naval high command? Von diesem Schreiben habe ich keine Kenntnis bekommen. Ich habe bereits gesagt, dass meine Kenntnis der Ansichten der Seekriegsleitung aufgrund der Kampfanleitung... That's not an answer to the question. That wasn't an answer to the question. The question was whether you knew at the time that this was the view of the naval high command. Answer the question. Nein, das wusste ich nicht. Ich wusste die Ansicht der Seekriegsleitung, dass sie Schritt für Schritt nach Vorgehen des Gegners handeln würde. Das wusste ich. Aber Sie sehen, das ist die ganze Unterschiede, Defendant. Das ist was du gesagt, at great length, in giving your evidence the day before, yesterday and yesterday. That you were answering step by step the measures of the enemy. When you gave that evidence, you didn't, do you say that you didn't know that this was the view of the Defendant Raider formed on the first day of the war. Do you say you didn't know it at all? You had no inkling that that was Raiders view? Nein, das wusste ich nicht, weil ich dieses Schreiben nicht kannte. Ich weiß auch nicht, ob das die Ansichten des Adner Raider sind. Weiß ich nicht. Well, again, I don't want to argue with you, but if the Chief of the Naval, the Commander-in-Chief of the Navy, and I think at that time he was Chief of the, he called himself Chief of the Naval Staff as well, allows the Chief of his Operational Department to put this view forward to the Foreign Office, Do you really, is it the practice of the German Navy to allow Post-Captains to put forward a view like that when it's not held by the Commander-in-Chief? It's ridiculous, isn't it? No Commander-in-Chief would allow a junior officer to put forward that view to the Foreign Office unless he held it, would he? Ich bitte doch darüber, den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Admereda zu fragen zu der Zeit. Ich kann darüber keine Auskunft geben. Wie dieses Schreiben entstanden ist. Das weiß ich nicht. Well, I'll do that with very great pleasure, Defendant. But at the moment, you see, I've got to question you on the matters that you put forward. And my next question is, was it not in pursuance of the view and desire expressed in that memorandum that the U-Boat Command disregarded from the start the London Treaty about warning ships? Nein, im Gegenteil, ganz im Gegenteil, es sollte im Westen jede Verschärfung verhindert werden. Und wir bemühten uns, solange wie irgend möglich nach dem Londoner Abkommen zu kämpfen. Das geht ja aus den ganzen Bindungen hervor, die die U-Boater hatten. I think it would be convenient. Sir David, would you perhaps to draw his attention to the penultimate paragraph in that document? Lord, I'll read the three, because if you notice it goes on, the High Command does not assert that England can be beaten by unrestricted U-Boat warfare. The cessation of traffic with the World Trade Centre of England spells serious disruptions of their national economy for the neutrals, for which we can offer them no compensation. Points of view based on foreign politics would favour using the military method of unrestricted U-Boat warfare only if England gives us a justification by her method of waging war to order this form of warfare as a reprisal. It appears necessary in view of the great importance in the field of foreign politics of the decision to be taken that it should be arrived at not only as a result of military considerations but taking into full account the needs of foreign politics. I greatly obliged you, Lordship. Did you know, did you hear of any qualification of this view which was arrived at on considerations of foreign politics? Did you hear anything about that? Nein, ich kann ja nochmals sagen, dass ich dieses Schreiben hier zum ersten Mal sehe. I see. Well, now, I'd like you, just before we go on to the questions, to look at page 19 of the, in the English document book, page 49 of the Germans, the whole of the treaty, which is very short, is set out there. Lord, I have the formal copy if your Lordship would like to see it, but it is set out in these two paragraphs. You see, one, in action with regard to merchant ships, submarines must conform to the rules of international law to which surface vessels are subject. Now, two, in particular, except in the case of persistent refusal to stop and being duly summoned, or of active resistance to visit or search, a warship, whether a surface vessel or submarine, may not sink or render incapable of navigation, a merchant vessel without having first-placed passengers, crew, and ship's papers in a place of safety. For this purpose, the ship's boats are not regarded as a place of safety unless the safety of the passengers and crew is assured in the existing sea and weather conditions by the proximity of land or the presence of another vessel which is in position to take them on board. I'll never remind you of that because I have some questions to put you upon it. Would you turn over the page and look at the foot of page 20 in the English document book, or it's either page 50 or 51 in the German document book where there are some figures set out? You got to the page? I can't have a skillet. Now, I want to... You've read it. You see that it says in the two sentences before in a certain number of early cases, the German commander allowed the crew of the merchant vessel to get clear and even made some provision for them before he destroyed the vessel. Such destruction was in accordance with Article 72 of the Prize Ordinance and therefore for the purpose of this paper the Germans have been given the benefit of the doubt in such cases. The following are the figures on record. This is for the first year of the war. Ship sunk, 241. Recorded attacks, 221. Illegal attacks, 112. At least 79 of these 112 ships were torpedoed without warning. This does not, of course, include convoy ships. I wanted you to quite clear, defendant, that it excludes, first of all, ships where any measures had been taken for the safety of the crew and secondly, it excludes convoy ships. ships. Now, do you dispute these figures in any way that there were 79 attacks without warning in the first year of the war? Jawohl, diese Zahlen sind gar nicht zu kontrollieren. Ich habe gestern erklärt, dass wir aufgrund des Waffengebrauchs der Schiffe legal zu anderen Maßnahmen gegangen sind. Also, ich kann nicht kontrollieren, ob hier in diesem Bericht, der mir aus anderen Gründen auch sehr propagandistisch erscheint, dieses Vorgehen der Bewaffnung und des Widerstandes zum Beispiel berücksichtigt worden ist. Also, eine Basis oder eine Untersuchung dieser Zahlen ist für mich gar nicht möglich. Auf jeden Fall ist ja der deutsche Standpunkt, dass aufgrund der Bewaffnung, aufgrund der Nachrichtengebung und Einspannung der Handelsschiffe in die Nachrichtenorganisationen es legal war und dass nun ohne Warnung gegen diese Schiffe vorgegangen wurde. Ich habe schon erwähnt, dass im Übrigen England genauso verfahren hat, die anderen Nationen auch. Ich werde Ihnen Fragen über das, aber wir nehmen ein Beispiel. War eine Warnung bevor die Athenia getötet? Nein, ich habe bereits erklärt, dass das eine Verwechslung gewesen ist. Eine Verwechslung mit einem Hilfskreuzer und die Versenkung eines Hilfskreuzers ohne Warnung ist rechtmäßig. Ich habe auch bereits erklärt, dass bei genauer Untersuchung dieses Falles ich letzten Endes mir Vorsicht bei dem Kommandanten erwartet hatte und deshalb ist er bestraft worden. Ich möchte einfach Ihre Verwechslung von Vierfskreuzern. Es gibt das occur zu Ihnen dass in der Fall von Merchants Schiff es war sank ohne Warnung es meant either death oder terrible Suffering Wenn das Handelsschiff sich wie ein Handelsschiff benimmt, dann wird es oder wäre es nach Prisenordnung behandelt worden. Tut es das nicht, dann muss das U-Boot zu dem Angriff schreiten. Das ist legal und völkerrechtlich richtig. Und deutschen Handelsschiffsbesatzungen ist es nicht anders ergangen. That wasn't what I asked you. I want to know, because it's important on a number of these points. Did it ever occur to you? Did you ever consider that you were going to cause the death, or terrible suffering to the crews of merchant ships who were sunk without warning? Just tell us, did it occur to you or didn't it? Selbstverständlich, aber wenn das Handelsschiff legal versenkt wird, dann ist Krieg. Und an anderer Stelle im Kriege entstehen auch Leiden. And you, I have to take it that you view with pride of achievement the fact that 35,000 British merchant seamen lost their lives during the war, do you view it as a proud achievement or do you view it with regret? Menschen kommen im Kriege ums Leben. Darauf ist niemand stolz. Das ist falsch ausgedrückt. Es ist eine Notwendigkeit, die harte Notwendigkeit des Krieges. I see. Well, now just look at page 29 in the English document book or page 58 in the German, whichever you care to look at. Das ist Dokument C-191, Exhibit GB-193. Das ist 22 September, 19 days after the beginning of the war. Flag Officer U-Boats intends to give permission to U-Boats to sink without warning any vessels sailing without lights. Previous instructions permitting attacks on French war and merchant ships only as a defensive measure, purely French or Anglo-French convoy is only north of the latitude of Brest and forbidding attacks on all passenger ships give rise to great difficulties for U-Boats, especially at night. In practice there is no opportunity for attacking at night, as the U-Boat cannot identify a target which is in a shadow in a way that entirely obviates mistakes being made. If the political situation is such that even possible mistakes must be ruled out, U-Boats must be forbidden to make any attacks at night in waters where French and English naval forces or merchant ships may be situated. Now, on the other hand, in sea areas where only English units are to be expected, the measure desired by Flag Officer U-Boats can be carried out. Note, Permission to take this step is not to be given in writing, but need merely be based on the unspoken approval of the naval war staff. You boat commanders should be informed by word of mouth. Note the last line. And the sinking of a merchant ship must be justified in the war diary as due to possible confusion with a warship or an auxiliary cruiser. Now, just to tell me, take your choice, do you consider that sailing without lights is either persistent refusal to stop on being duly summoned or active resistance to visit and search? Within the treaty, which, if either of these things do you consider it to be? If a naval ship takes a war ship to take a war ship to take a war ship to take a war ship... No, no, first of all, you must answer my question with the tribunal, unless the tribunal rule otherwise, and then you can give your explanation. My question is this. Do you consider that sailing without lights is either persistent refusal to stop or active resistance to visit and search? Do you consider it to be either one or other or both of these things? Do you? The question is insofar not right, because it is about a certain area of operation, namely the area where English troops are from England to France. Defendant. Defendant. You will answer the question please. Do you consider that sailing without lights is either persistent refusal to stop on being duly summoned, which is one of the matters in the treaty, or active resistance to visit and search, which is that other matters set out in the treaty? Now, do you consider that sailing without lights is either or both of these matters mentioned in the treaty? If a passenger seat replacement of a passenger seat, then it must have been in danger with a passenger seat, in a passenger seat. Because sometimes is a Canadian with an passenger seat if it's possible. Because at night a passenger seat is a procedures between a passenger seat and a passengers seat not possible. Und in der Zeit, wo unser Befehl in dieser Beziehung in Kraft trat, handelte es sich eben um ein Operationsgebiet, wo die Truppentransporter von England nach Frankreich liefen, die abgeblendet waren. Dann, Ihr Antwort ist, dass es nicht über den Treaty ist, aber Ihr Befehl, dass Ihr Befehl war, dass Ihr Befehl war, dass Ihr Befehl war, dass Ihr Befehl war, dass Ihr Befehl war. Das ist Ihr Antwort, ist es? Warum haben Sie nicht die Defendant von Ribbentrop und all diese Naval Advisors stipuliert für das, wenn Germany adherte zu diesem Treaty, wenn Sie es in der Lage waren? Wurde Sie immer gefragt haben? Wurde Sie immer gefragt, bevor Germany adherte zu diesem Treaty in 1936? Ich bin dazu nicht befragt worden, bevor der Vertrag unterschrieben worden ist. Und Deutschland hat den Vertrag praktisch, wie ich genau weiß, als Befehlshaber der U-Mote ausgeführt, bis entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet waren. Und dann sind entsprechend an mich die Befehle bekommen, so zu handeln. Vielen Dank. Ja, dieses Papier, was Sie mir hier zeigen, ist eine Niederschrift, ein Memorandum eines jungen Referenten in der Seekriegsleitung. Tatsächlich hat, das ist also die Idee dieses Betreffenden of Cias in der Seekriegsleitung, wie ich hier festgestellt habe, ich kannte die Sache nicht. Tatsächlich hat die Seekriegsleitung nie einen solchen Befehl an mich gegeben. Das ist ein Roman, der hier drinsteht. Oh no, of course, that was the whole point. They weren't to issue an order at all, you see. This states with great fragness that you were to act on the unspoken approval of the naval war staff, so that the naval war staff could say, as you've said now, we didn't issue an order. And the junior officers, who apparently have to stand on their own legs when they're caught, the junior officers would be acting on an unspoken word. And I want to know, you've been Commander-in-Chief of the German Navy, why is it done in this way? Why is it done by unspoken words and oral orders? Nein, das ist nämlich richtig. Das ist eine Idee dieses jungen Of Cias, den Befehl, den ich bekommen habe von der Seekriegsleitung. Der lautet kurz und klar, dass in diesem Raum, wo nämlich die englischen Transporter von England nach Frankreich fuhren, dass in diesem Raum abgeblendete Schiffe versenkt werden dürfen. Punkt aus, ohne jegliche Dinge, die hier in diesem Memorandum angegeben sind. Also, zweifelsohne hat vielleicht bereits der Abteilungschef, mit Sicherheit aber der Chef der Seekriegsleitung, diese vollkommen unnötige Idee, denn es war ein legales Vorgehen abgelehnt, und hat mir den kurzen klaren Befehl gegeben. Defendant, are you suggesting to the Tribunal that on these vitally important points, unspoken approval of the war staff, U-boat commanders informed by word of mouth that a young staff officer is allowed to put in an incorrect memorandum and get away with it uncorrected? Is that the way in which, is that the state of efficiency of the staff of the German Navy? Nein, das ist ja falsch verstanden worden. Es ist ja gerade korrigiert worden. Das ist eine Vortragsnotiz des Referenten in der Seekriegsleitung, dem sich seine Vorgesetzten in der Seekriegsleitung nicht angeschlossen haben. Es ist ja gerade korrigiert worden. Es ist ja gar kein stillschweigendes Einverständnis gegeben worden, sondern ein offener und klarer Befehl an mich. Also, in der Seekriegsleitung ist bereits diese Idee des jungen Offziers verworfen worden. Do you know that the original, I'm told, that the original is initialed by Admiral von Friedeburg? Nein, das ist ganz falsch, das ist unmöglich. Es steht darunter FFG, das heißt Friesdorf und nicht Friedeburg. Das war der Kapitänleutnant Friesdorf, der war der Referent in der Seekriegsleitung und nicht Friedeburg. Das war ein junger Offzier in der ersten Abteilung der Seekriegsleitung, das sind alles Dinge, die ich jetzt hier erfahren habe, der dieses Memorandum aufgestellt hat, was bereits von seinem Abteilungschef, dem Admiral Wagner, verworfen worden ist. Also nicht Friedeburg, sondern Friesdorf. Das hat sich dieser junge Offzier so gedacht. Tatsächlich ist aber an mich in diesem bestimmten Raum der Truppentransporter ein klarer, eindeutiger Befehl ohne diesen Roman erlassen worden. Well, take then the next bit. The sinking of a merchant ship must be justified in the war diary as due to possible confusion with a warship or auxiliary cruiser. Nein, das ist doch nicht geschehen. Auch das gehört dazu. Auch das ist eine Idee dieses Offiziers. Es ist nie ein Befehl entsprechend gegeben worden. Der Befehl der Seekriegsleitung in dieser Beziehung liegt ja vor an mich. Und er ist eindeutig kurz und klar ohne diese Dinge, die hier genannt sind. Nein, das ist doch, dass diese Dinge, in diesem Memorandum zu sein, sind zu sein, ohne Ordnung zu sein. Da muss kein Ordnung sein, denn ein Ordnung kann kommen. Aber, wenn es nicht ohne Ordnung ist, wird es nicht kommen. Are you suggesting, you're putting it on the shoulders of this lieutenant commander, that he invented these three damning facts? Unspoken approval, oral instructions to commanders, and faking the records. You say that these existed only in the mind of our captain, lieutenant. Is that what you're telling the tribunal? Jawohl, natürlich, denn es ist ja der klare Befehl von der Seekriegsleitung an mich gegeben worden, wo diese Dinge nicht drin stehen. Und genauso klar habe ich an die U-Bote gefunkt, wo auch diese ganzen Punkte nicht drin stehen. Das ist es ja gerade. Diese Niederschrift oder diese Gedanken dieses Offiziers sind ja bereits bei seinem Abteilungschef nicht gebilligt worden in Berlin. Sondern es ist ein ganz klarer Befehl mir gegeben worden, und ich habe diesen Befehl ebenso klaren Gebote weitergegeben worden. Wo nichts drin ist von Kriegstagebuch und all diesen Dingen, die hier drin stehen. Dieser Befehl ist vorhanden. Well, we should be able to ask, I understand, Admiral Wagner as to where this Captain-Lightnant got hold of these ideas. Is that so? Or as to whether he made them up? Is that what you're telling us? Admiral Wagner will be able to deal with this, will he? Admiral Wagner muss das wird das genau wissen, denn dieser Referent war in seiner Abteilung in Berlin. I see. Well now, if you put that on to the Captain-Lightnant, let's pass to another point. In mid-November 1939, Germany gave warning that she would... Sink, without warning, merchant ships, if armed. Don't you know that before that warning... And if you want to see the point, you'll find it on page 21 of the English document book, or 51 to 52 of the German document book. Well, it's just before the break, about five lines. By the middle of November, a score of, that's 20, British merchantmen had already been illegally attacked by gunfire or torpedo from submarines. Which page did you say? My Lord, page 21. It's about ten lines before the break. See, what I'm suggesting, defendant, is that the statement, the warning that you would sink merchant ships, if armed, made no difference to the practice you had already adopted of sinking unarmed ships without warning. Now, just tell me, did you, was it your view, that... The mere possession of arms, a gun on a merchant ship, constituted active resistance to visit or search within the treaty? Or was this a new addition for the guidance of German new boat warfare, which you were introducing completely independent of the treaty? Es ist selbstverständlich, dass, wenn einer eine Kanone an Bord hat, der von der Waffe Gebrauch machen will. Und es wäre ja eine einseitige Bindung, wenn das U-Boot nun selbstmörderisch abwarten wollte, bis der andere den ersten Schuss macht. Das ist ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Man kann unter keinen Umständen verlangen, dass das U-Boot nun abwartet, bis es den ersten Treffer bekommen hat. Zumal, wie ich ja schon erklärt habe, in der Praxis die Dampfer, so wie sie irgendwie Ardleriereichweite hatten, von ihrer Waffe Gebrauch gemacht haben. Sie wissen, die Arming of Merchant Ships, Defendant, war well known in the last war. Es war well known for 20 years before this treaty was signed. Und Sie will agree with me, won't you, dass da kein Wort in der Treaty verbinden die Arming of Merchant Ships war. Why didn't you give these ships the opportunity of abstaining from resistance or of stopping? Why did you go in the face of the treaty which you had signed only three years before? That's what I want to know. If you can't tell me, if you say it's a matter for higher command, I'll ask Admiral Raider. But at the moment, will you tell us, or can you tell us, why didn't you keep to the treaty? Well, now, just one other matter, because I must cover these points in view of your evidence. Did you order your commanders to treat the use of wireless as active resistance? Did you consider that the use of wireless for a merchant ship was active resistance within the treaty? I said that to you quite 20 times yesterday and today. Did you consider the use of wireless by a merchant ship as active resistance? Also, es ist völkerrechtlich, allgemein, Regel, dass ein Handelsschiff, das seine FT beim Anhalten benutzt, mit Waffengewalt gegen es vorgegangen werden kann. Das steht auch zum Beispiel in der französischen Vorschrift drin. Und diese Sache ist, um eben eine Verschärfung zu vermeiden, von uns in der Regel noch nicht mal angewandt worden, sondern erst ab Ende September, als ich einen ausdrücklichen Befehl oder Genehmigung dazu noch bekam, ist diese durchaus legale, völkerrechtlich-internationale Regel angewandt worden. Tell me, didn't the German Admiralty know in 1936 that most merchantmen had wireless? Selbstverständlich. Sie dürfen aber nach der internationalen Juristenkonferenz, das weiß ich nun zufällig mal, weil es in der Krisenordnung als Fußnote stand, von 1923, durften Sie von dieser FT beim Anhalten keinen Gebrauch machen. Das ist internationales Recht. So lauten alle Instruktionen. Ich weiß mit Sicherheit, dass die französische Instruktionen ausger opsGelauhtet hat. So, k そして zufrieden. So, ich weiß mit Sicherheit, dass die französische Instruktionen auch so gelautet hat. You were not bothering about this treaty at all in any case where it didn't suit you in the operations in this war. Das nicht richtig. Now, let's pass on to neutrals. Well, I haven't heard you suggest that you were dealing with neutrals because they were armed. But let's take a concrete example. On the 12th of November 1939... Ich habe nie gesagt, dass Neutraler bewaffnet war. No, that's what I thought. Nie. Well, we'll rule that out. We'll take the example. Lord, it's given on page 20 of the document book. In the middle of the middle paragraph. On the 12th of November, the Norwegian Army Kyode was torpedoed in the North Sea without any warning at all. This was a tanker bound from one neutral port to another. Now, defendant, were you classing tankers bound from one neutral port to another as warships? Or were you... For what reason was that ship torpedoed without warning? The master and four of the crew lost their lives. The others were picked up after many hours in an open boat. Why were you torpedoing neutral ships without warning? This is only the 12th of November, you know, in the North Sea, a tanker going from one neutral port to another. Yeah. Yeah. The Uruz-Kommandant couldn't in this case not know or not see, first, that the ship from one neutral port to another, but this ship... Therefore he torpedoed it. That... Nein. Nein. Das hat er aus diesem Grunde nicht torpediert, sondern dieses Schiff hatte Kurs auf England. Und er hat dieses Schiff verwechselt mit einem feindlichen Schiff, mit einem englischen Schiff, und deshalb hat er es torpediert. Dieser Fall ist mir bekannt. Nein. And you approve of that action by the submarine commander? That is that when... Nein. Ich bin damit nicht einverstanden. Das ist einer der seltenen... Das ist... Nein. Das ist nicht richtig. When in doubt torpedo without warning. Is that your view? Nein. Nein. Das ist eine Behauptung, die Sie aufstellen. Und bis durch meinen sauberen U-Boot-Krieg, wo Sie in fünfeinhalb Jahren ein oder zwei solche Verwechslungen feststellen können, eigentlich praktisch widerlegt. Well, now, let's look at your clean U-Boat warfare, if you want to. Will you turn to page 30 of the English book or pages 59 to 60 of the German book? Now, the first of these, this is the note on the intensification of U-Boat warfare. You say that the, on directive of the Armed Forces High Command of 30th December, this is on the 1st of January 1940, the Führer, on reportive Defendant radar, has decided a Greek merchant vessels to be treated as enemy vessels in the zone round Britain declared barred by the USA. There's a mistake, my lord, just allow me one moment. There's a mistake, my lord, in the translation. You see, it says blockaded by the USA and Britain. The proper translation should be in the zone round Britain declared barred by the USA. Now, the, um, Defendant, I don't, I don't want to make, um, any bad point, I tender it, intentionally. Were you including Greek ships because you believed that most of the Greek merchant navy was on British charter, was being chartered by Britain? Was that the reason? Yes. 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 Well, I assume that was the reason. I don't want to occupy time on the point. Now, what I want to know is this. Did that mean that any Greek ship in these waters would be sunk without warning? Jawohl, es steht ja hier, sie wären wie feindliche Schiffe zu behandeln. That's what I mean. That means that a Greek merchantman from that day onwards would be sunk without warning if it came into the zone round the British coast. Now, you've mentioned, uh, the British, the Bristol Channel, and you've given your explanation of the next sentence. You said, all ships may be attacked without warning. For external consumption, these attacks should be given out as hits by mines. I just want to get it clear from you. You're not suggesting that the reason of the naval high command was to conceal the place of operation of U-boats. The reason was to avoid trouble with neutrals whose goodwill you wanted to keep, wasn't it? ... ... Dazu habe ich mich ja gestern schon geäußert. Das sind Dinge der politischen Führung, die mir nicht bekannt sind. Ich habe in dieser Sache als Befehlshaber der U-Boote den militärischen Vorteil gesehen oder die militärische Zweckmäßigkeit gesehen. Die ja genauso in ähnlichen Fällen von England gemacht worden ist. Welche politischen Gründe dafür maßgebend gewesen sind, das weiß ich nicht. Das waren bestimmte Gebiete, von deren Gefahren ja die Neutralen gewarnt waren. Ich habe gestern bereits erklärt, dass in den englischen Operationsgebieten genauso verfahren wurde. Wenn ein Neutraler sich in dieses Gebiet, wo Kampfhandlungen ständig von beiden Parteien hineinbegibt, trotz der Warnung, dann muss er eben das Risiko des Schadens dafür tragen. Das sind die Gründe gewesen, die für die Seekriegsleitung zu diesen Gebieten geführt haben. Das ist, was von den Ferrohs zu Bordeaux und 500 miles west des Irland. Das ist, Ihre Zone war 750,000 square miles. Jawohl, das ist das Operationsgebiet vom August 1940. Und entspricht der sogenannten Kampfzone, deren Befahren Amerika für seine Handelsschiffe verboten hatte. Braummäßig. Das heißt, Sie sagen, es ist in accord. Wir schauen uns einfach an es und sehen, was die zwei Dinge waren. Die USA, in der Zeit, sagte, dass ihre Schadenhäuser nicht in eine Zone kamen. Sie sagten, dass wenn ein Schadenhäuser kamen in eine Zone kamen, der deutsche Völkerrechtliche Standpunkt, der übrigens auch von den anderen Nationen angewandt ist, dass Operationsgebiete um den Gegner herum zulässig sind. Im Übrigen kann ich nochmals sagen, ich bin kein Völkerrechtler, sondern ich bin ein Soldat und halte es für Urteile nach gesunden Menschenverstand und halte es für selbstverständlich, dass man einen Seeraum, eine Wasserzone um England, nicht dem Gegner ungestört überlässt. Aber ich möchte wissen, ich weiß nicht, ich glaube, dass Sie es nicht gut sind, aber ich möchte es ganz klar sein. Es war Ihre Meinung, dass es richtig ist, dass wenn Sie eine Operation-Zone von einem Neutral-Zone fixate, dass jeder Neutral-Ship, und Sie sagen, dass jeder Neutral-Ship ist unarmt, any unarmt, neutral-Ship coming into that zone could be destroyed by any means that you cared to use. That was your view of the way to conduct the war at sea. That's right, isn't it? Ja, es gibt ja auch genug englische Aussprüche, die durchaus es für richtig halten, dass man in einem Kriege, wir waren ja mit England im Krieg, nicht zulassen kann, dass Neutrale hinfahren und den Krieg führen unterstützen, besonders wenn sie vorher vom Verfahren dieser Räume gewarnt sind. Eine durchaus völkerrechtlich legale Sache. Well, the matter of law we'll discuss with the tribunal. I want to get the facts. That is the position which you adopt. And equally, if you found a neutral vessel outside the zone, using its wireless, you would treat it as if it was a ship of war of a belligerent power. Would you not? If a neutral vessel used its wireless after seeing the submarine, you'd treat it as a ship of war of a belligerent power. Would you not? Jawohl, entspricht den völkerrechtlichen Bestimmung. I see. Well, that's, as I say, the matters of law for the tribunal. I'm not going to argue these with you. but apart altogether from international law, did it ever strike you that that method of treating neutral ships was completely disregarding the life and safety of the people on the ships? Did it ever strike you? I have already said it, ein neutraler Lastkraftwabenzug dem Gegner Vorräte oder Munition zufährt, dann würde man diesen genauso beschießen wie ein Transport des Gegners auch. Es ist also durchaus zulässig, um das Feindland auf dem Wasser, auf Wasserzonen als Kriegsbegleit zu machen. Das ist das, wie ich völkerrechtlich unterrichtet bin, obwohl ich nur Soldat bin. Eine strikte Neutralität würde bedingen, dass man eben ein Kampfgebiet meidet. Wer sich ein Kampfgebiet hineinbegibt, der muss die Konsequenzen daraus ziehen. Aus dem Grunde haben ja auch die Vereinigten Staaten ja ausdrücklich im November das Befahren der Sachen verboten, weil sie sagten, wir wollen nicht in das Kampfgebiet hineinfahren. In your view, any neutral ship which entered a zone of 750.000 square miles round Britain was committing a non-neutral act and was liable to be sunk without warning at sight. That's your view of how war at sea should be conducted. That's right, isn't it? Jawohl, es waren für die Direktralen besondere Wege gegeben. Sie brauchten nicht in dieses Kampfgebiet hineinzufahren. Es sei denn, dass sie nach England fuhren. Dann mussten sie das Risiko des Krieges tragen. Ich möchte, wenn Sie nachdem, auf den Punkt C21, das ist auf den Punkt 30 von der Englisch Buch in 59-60, You see that in all these cases, first take the one on this number 2, paragraph 2, page 5, conference with the head of naval war staff on the 2nd of January. That was the intensified measures in connection with the Foul Gelb, that's the invasion of Holland and Belgium. The sinking by U-boats without any warning of all ships in those waters near the enemy coasts in which mines can be employed. Why, if you were, as you've just told the Tribunal several times, if you were acting in accordance with what you believe to be international law, why did you only so act in areas where mines could be employed? Das habe ich ja bereits erklärt. Das ist keine Frage der Rechtmäßigkeit, sondern der militärischen Zweckmäßigkeit. In einem Gebiet, wo auch Minen liegen können, kann ich aus militärischen Gründen dem Gegner nicht klar darstellen, mit welchem Kampfmittel ich arbeite. Genauso haben Sie auch operiert. Ich erinnere an das französische Warngebiet, was entsprechend des Minenraums um Italien erlassen worden ist. Und Sie haben mir in Ihren Warngebieten auch nicht erklärt, mit welchen Kampfmitteln Sie operieren. Das hat mit der Rechtmäßigkeit nichts zu tun, sondern es ist eine Frage der militärischen Zweckmäßigkeit. Sie sehen, ich denke, Sie verstehen, dass Sie das Punkt, dass Sie in accordance mit dem London-Treaty sind. Whereas, Sie waren eigentlich nicht in accordance mit dem Treaty, aber in accordance mit den Instructions you laid down yourself based on military necessity. What I suggest to you that the Naval High Command is doing is pretending, getting the advantage fraudulently of appearing to comply with the treaty. And that, I suggest, is the purpose of these orders, that you will only do this where mines can be laid. Isn't that what was in your mind? Das ist nicht richtig, dass wir den Neutralen das vortäuschten, sondern wir haben klar die Neutralen gewarnt, in diesen Operationen finden Kampfhandlungen statt und wer da reinfährt, kommt zum Schaden. Wir haben also nichts vorgetäuscht, sondern Ihnen ausdrücklich gesagt, fahrt nicht dahin. Genauso hat es England auch gemacht. Vielen Dank. Sir David, Sir David, doesn't the next sentence bear upon that? Yes, Mlard, I'm much obliged to lodge it. Would you look at the sentence after, in 2.1, where it says, In this case, the Navy will authorise, simultaneously with the general intensification of the war, the sinking by U-boats, without any warning, of all ships in those waters near the enemy coasts in which mines can be employed. In this case, for external consumption, pretense should be made that mines are being used. The behaviour of and use of weapons by U-boats should be adapted for this purpose. You say, in face of that sentence, that you weren't trying to fool the neutrals, to use your own phrase? Do you still say you weren't trying to fool the neutrals? Nein, wir haben Sie nicht getäuscht, weil wir Sie vorher gewarnt haben. Und ich brauche im Kriege, brauche ich nicht zu sagen, welches Kampfmittel ich einsetze. Und ich kann sehr wohl mein Kampfmittel tarnen. Aber den Neutralen ist nichts vorgetäuscht worden, im Gegenteil. Man hat Ihnen gesagt, fahrt nicht dahin. Dass ich militärisch dort so oder so vorgehe, hat mit den Neutralen dann nichts mehr zu tun. Now, I want you to tell the Tribunal, what was your view of your responsibility to the seamen from boats that were sunk? Would you have in mind the provisions of the London Treaty, and will you agree that your responsibility was to save seamen from boats that were sunk, wherever you could do so, without imperiling your ships? Is that broadly right? Selbstverständlich, wenn das Schiff sich nach dem Londoner Abkommen selbst verhalten hat, beziehungsweise wenn es nicht in diesen genannten Operationsgebieten erfolgt ist. Oh, so that you thought, do you really mean that, that if you sank a neutral ship which had come into that zone, that you considered you were absolved from any of your duties under the London Agreement to look after the safety of the crews? In Operationsgebieten bin ich verpflichtet, mich nach dem Kampf um die Schiffbrüchchen zu kümmern, wenn es die militärische Lage erlaubt. Dasselbe hat auch in der Ostsee gegräuten, in Ihren Operationsgebieten. Yes. Well, that was what I put to your defendant. I don't, please believe me, I don't want to make any false point. I put to you, if they could do so without imperiling their ships. That is, without risking losing their ships. But let us get it quite clear. Do you say that in the zone which you fixed, that there was no duty to provide for the safety of the crew? That you accepted no duty to provide for the safety of the crew? Well, then it doesn't matter whether the sinking was in the zone or out of the zone. You, according to what you say, you undertook exactly the same duty towards survivors. Is that right, whether it was in the zone or outside the zone? Nein, das ist falsch. Denn außerhalb der Zone wurden ja die Neutralen nach Friesenordnung behandelt. Nur innerhalb der Zone nicht. That, um, if you, that what, what I can't understand, and really I'm, I'm, I hope I'm not being very stupid, what was the difference? What difference did you consider existed in your responsibility towards survivors if the sinking was inside the zone and outside the zone? That's what I want to get clear. Der Unterschied lag darin, dass Neutrale außerhalb der Zone nach Friesenordnung behandelt wurden. Dass wir also nach dem Londoner Abkommen verpflichtet waren, bevor das Schiff versenkt wurde, für die Sicherheit und Landnähe der Besatzung zu sorgen. Und diese Verpflichtung war innerhalb der Zone nicht vorhanden, sondern es galt das Hager Abkommen zur Gemper Konvention, wo, wo ich mich um die Schiffbrüchchen nach dem Kampf kümmern soll, wenn es die militärische Lage erlaubt ist. Now, would you agree that an order in express terms to annihilate, to kill the survivors of a ship that is sunk would be an appalling order to kill? Das habe ich ja hier eingangs erklärt, dass eine Bekämpfung von Schiffbrüchchen gegen die soldatische Kampfsittlichkeit verstößt und dass wir nie einen Millimeter in der Beziehung durch ein Befehl, ich meine Hand dazu gegeben habe, selbst als Vergeltung nicht, wo mir entsprechende Vorschläge gemacht wurden. Und will you agree that even with the discipline in your own service and your own branch of the service, that there was a possibility that some U-boat commanders would have refused to comply with an order to annihilate survivors? Ja, es ist ja überhaupt ein solcher Befehl nicht gegeben worden. I think it's quite a fair question. If it was given in express terms, annihilate survivors after you sink a ship, you know your officers, would their itinerant have been some danger that some of them would have refused to carry out that order? Ja, wie ich meine U-boatswaffe kenne, wäre ein Entrüstungssturm gekommen gegen einen solchen Befehl. Und im saubern und reinen Idealismus dieser Leute hätten sie das nicht getan. Und ich hätte auch nie einen solchen Befehl gegeben oder zugelassen, dass ein solcher Befehl gegeben wäre. Yes, well that was what I put to you. Now, just look again at page 33 of the English document book. That contains your original standing order 154. And let me read it to you rather slowly, if the Tribunal doesn't mind. It says, Do not pick up survivors and take them with you. Do not worry about the merchant ship's boats. Weather conditions and distance from land play no part. Have a care only for your own ship and strive only to attain your next success as soon as possible. We must be harsh in this war. Now just, first of all, tell me, what do you mean by your next success? That is, doesn't that mean you're at the next attack on a vessel? Ja. Now, just look at that order of yours and compare it with the words of the London Treaty. The treaty, remember, says that a warship, including a submarine, may not sink or render incapable of navigation a merchant vessel without first having placed passengers, crew and ship's papers in a place of safety. For this purpose, the ship's boats are not regarded as a place of safety unless the safety of the passengers and crew is assured in the existing sea and weather conditions by the proximity of land or the presence of another vessel. Defendant, you had that article of the London Treaty in front of you, hadn't you, when you were drafting this order and you were deliberately excluding from, in your order, the matters mentioned in the London Treaty. Listen to your order. Do not worry about the boats, weather conditions, one thing mentioned in the treaty, distance from land, another thing mentioned in the treaty, play no part. Your order was, could have been put in other language almost as clearly. Disregard all the matters that are stated in paragraph two of the London Treaty. Now tell me, didn't you have the London Treaty in front of you, when you drew that order? Selbstverständlich hatte ich das London Abkommen in meinem Bewusstsein und vor mir. Ich habe aber gestern eingehend erklärt, dass es sich ja hier um den Kampf um das gesicherte Schiff handelt, wie aus dem ganzen Befehl, wo Sie allein diesen Absatz herausnehmen, hervorgehen und infolgedessen das London Abkommen, was sich nicht auf gesicherte Schiffe bezieht, gar nicht in Frage kam. Und zweitens, dass es sich hier in einem Gebiet handelt, das unmittelbar in Gegenwart der feindlichen, ständigen feindlichen Sicherung unter der englischen Küste vor den Hefen war. Das Londoner Abkommen hat mit dem Kampf des gesicherten Schiffes gar nichts zu tun. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und für diesen Raum und für diesen Kampf am gesicherten Schiff galt dieser Befehl. Das habe ich gestern ganz genau Ausnahme gelegen. Well, if you say that that only applied when it was a question of attacking ships in Convoy, would you look at page 26 of the English document book or page 57 of the German document book where you'll find the account of the sinking of the sheaf mead on the 27th of May 1940. It was and if you would look at the U-boats log opposite the time group 1648 hours which is on page 27 of the English and page 57 of the German this is what the log says the crew a large hoop of wreckage floats up we approach it to identify the name the crew have saved them themselves on wreckage and capsize boat we fish out a boy no name on it I ask a man on the raft he says hardly turning his head next name a young boy in the water calls help help please the others are very composed and so on they look tired and not unnatural have a look of cold hatred on their faces and then on to the old course and if you turn to page 57 of the German document book or page 28 of the English you'll find the last sentence from the survivors report describes the submarine as doing this they cruised around for half an hour taking photographs of us in the water otherwise they just watched us but said nothing then she submerged and went off without offering us any assistance whatever there you have you'll see the point defendant that your own commander says that there was a young boy in the water calling help help please and your submarine takes a few photographs submerges and then goes off ought you to refer to the passage just after the name of the vessel under 1648 it is not clear lord it is not clear whether she was sailing as a normal merchant ship the following seemed to point to the contrary then my lord it gives a number of matters but of course my lord that doesn't affect I'm on the point of survivors at the moment my lord that I'm not taking this instance as a matter of wrongful sinking I'm not taking it as an instance of carrying out this order my lord I very much obliged lordship that was why I didn't do it hello sound recording hello sound recording break for lunch break for lunch